Hallo Leute, wir befinden uns hier auf der wunderschönen Tennisanlage in Grönwold und wir haben Samstag, heute Abend ist erstmal Fußball, Deutschland gegen Portugal, aber deshalb sind wir nicht hier, wir sind hier zwecks Tennis. Wir bereiten schon mal alles vor, haben schon mal angeliefert. Dienstag haben wir hier die Schule aus Grönwold, 20 Kids kommen hier angetackelt, da haben wir ein kleines Ferienprogramm für die und ab Mittwoch, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir unser erstes Tennis-Ferien-Camp für die Kinder hier aus Grönwold und Umgebung. Wir haben nicht nur Kinder aus Grönwold, sondern auch mit Hafe und was weiß ich woher. Da werde ich meine Sonja mal nachfragen, wo die alle herkommen und dann kann das losgehen. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ein sonniges Wochenende, viel Spaß beim Fußball heute Abend und wir sehen uns spätestens Mittwoch. Beim Tennis-Camp, entweder Dienstag, Schul-Tennis, Schulprogramm, Ferienprogramm oder halt ab Mittwoch geht's los, Tennisprogramm für die Kids, hier Tennis-Anlage in Grönwold. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao! Aus! 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 Aus!